So, Heinz, hier mein erster Versuch. Ich will jetzt mal Farbe reinbekommen. Ich habe die Hardware ja in den letzten Videos vorgestellt und auch mitgenommen, gekauft. Und jetzt möchte ich mal mein erstes Modell damit lackieren. Ziel wäre jetzt hier ein Ford Capri. Den gab es in der Jägermeister-Version. Die habe ich mir rausgesucht, weil die einfarbig einfach in der Jägermeister Farbe gesprüht oder lackiert werden kann. Habe ich mir gedacht, das ist vielleicht am Anfang das Einfachste, mal einfarbig loszulegen. Und ich habe jetzt die Karosserie hier entlackt. Zum Entlacken gibt es ja auch schon ein Video. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich jetzt weiter vor, bevor die Farbe draufkommt. Was muss ich jetzt alles machen? Was sind die ersten Schritte beim Airbrushen, beim Lackieren? Was man immer häufig hört, ist immer die Farbe hält nicht. Lässt sich abziehen wie eine Folie. Die Lösung dafür ist eigentlich, dass, wenn sich die Farbe löst, egal aus welchem Grund, wenn man Tape drüber klebt und es zieht sich dann ab, wenn man die Farbe mit dem Fingernagel runterkratzen kann, wenn sie sich aufzieht, egal, wenn die Farbe nicht haftet, liegt es immer am Untergrund. Ich bringe mir das Beispiel. Ein Winterreifen auf Glatteis bringt gar nichts. Da rutscht man einfach weg. Ein Sommerreifen mit Schneeketten, da rutscht man auf Glatteis nicht weg. Also ist der Grip entscheidend und den Grip, den bringen wir hier auf. Und der Grip ist entscheidend für alle folgenden Farben. Egal ob jetzt Primer, Grundierung oder dann die Farbe oder der Klarlack oder Decol Medium oder irgendwas in der Richtung. Es muss immer vorher Grip da sein, sonst bringt die ganze Lackierung nichts. Den Grip machen wir jetzt drauf. Das heißt, ein Grip in dem Fall wäre einfach anrauen, nicht anschleifen. An schleifen, dabei würde man Material entfernen. Wir rauen an, das heißt, alles was hier so schön glänzt, wird dann einfach stumpf. Dazu habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Einmal ein Schleifvlies, das hat eine 600er Körnung. Wenn man Schleifmaterial mit Wasser benetzt, verdoppelt sich die Körnungsanzahl. Das heißt, aus einem 600er wird dann ein 1200er. Und für die Feinheiten und die Details ein Glasfaserradierer. Kennen vielleicht auch viele noch vom technischen Zeichnen her. Glasfaserradierer mit verschiedenen Einsätzen. Hier haben wir Glasfasern drin und hier eben Messing. Dies wäre aber dann schon für harte Stellen zum Anrauen. Das müsst ihr dann eben probieren. Ich gehe jetzt hier mal in die Details rein mit dem Glasfaserradierer. Wenn ihr einen Glasfaserradierer euch besorgt oder kauft, achtet immer darauf, der muss frei radiert werden, weich radiert werden. Der Glasfaserradierer ist vorne abgeschnitten. Dadurch verkleben die Glasfasern und sind hart wie Glas. Das heißt, ihr macht mehr Kratzer rein, als was ihr eigentlich schleifen wollt. Wenn ihr den auf einem Papier frei radiert habt, ich mache das mal hier schön im Kreis rum. Wenn ihr das frei radiert habt, dann sollte der Glasfaserradierer stauben. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Er ist dann butterweich. Er soll dann auch butterweich sein, schön weich. Passt bitte auf, das sind Glasfasern. Die sind schlimmer wie Kakteenstacheln. Und mit dem Glasfaserradierer, da kann man dann in die Details rein. Hier zum Beispiel an der hinteren Verbreiterung am Kotflügel. Da könnt ihr schön rein, bei diesen Lüftungsschlitzen, die könnt ihr frei schleifen und anrauen, damit auch da die Farbe besser hält. Das Rot haben wir extra aufgebracht auf den Glasfaserradierer, damit ihr das in der Kamera besser seht, wo ich schon geschliffen habe. Das später einfach abwischen, entfetten nach dem Schleifen und dann könnt ihr lackieren. Auch hier schön bei der Heckklappe, hier sind Fräsungen eingebracht. Also man nennt das im Kunststoff- oder Plastikbereich Gravuren, weil die eben tief graviert sind. Hier kann man auch schön hergehen, kurz drüber schleifen, anrauen. Ihr seht, wie gesagt, durch die rote Farbe, die wir auf dem Glasfaserradierer drauf gemacht haben, seht ihr schön, wo ich geschliffen habe. Das kann auch für euch eine Hilfe sein. Einfach über einen Buntstift drüber, dann seht ihr genau, wo ihr schon wart. Ansonsten ist es sowieso sehr gut sichtbar, weil an der Stelle, wo man geschliffen hat, ist es einfach matt. Das wäre jetzt ein Glasfaserradierer für Details, Ecken, Kanten, Hinterschneidungen, Türgriffe. Ideal, wenn ihr irgendwo Teile dran habt, die nicht weggeschliffen werden sollen. Irgendwelche Nieten, hier so kleine Details. Auch hier kann man wunderschön drüber schleifen, was mit einer Pfeile normalerweise nicht geht. Die Teile werden nicht beschädigt, werden aber angeraut. Hier bei den Lüftungsgittern kommt man schlecht mit einer Pfeile rein. Einmal mit dem Glasfaserradierer drüber und man kann diese wunderschön anrauen. Für größere Flächen, da habe ich mein Schleifvlies. Da kann ich einfach in kreisenden Bewegungen kurz drüber gehen. Das reicht völlig aus. Wenn ich es besonders gut machen will, dann nehme ich Wasser dazu mit einem Tropfen Spülmittel. Achtet bitte drauf, das Spülmittel heutzutage ist ganz anders wie das von früher. Früher hat das immer Fett entfernt, heute hat Spülmittel rückfettende Wirkung, damit auch die Hände schön bleiben. Das heißt, das was wir nicht auf dem Modell haben wollen, schmieren wir drauf. Fett, toll, super. Also, nehmt einfach ein ganz einfaches Spülmittel oder ganz einfache Seife zum Entfetten oder unseren Modellbau Fettentferner. Den stellen wir später auch noch vor. Da hier einen Tropfen drauf, dann schön schleifen und ihr seht jetzt schon den Unterschied im Vergleich zu vorhin. Das ist jetzt wirklich stumpf. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man das in der Kamera. Das ist stumpf. Im Gegensatz zur Haube, hier sind noch glänzende Stellen vorhanden. Da gehe ich jetzt auch nochmal drüber. Damit ihr das seht. Hier kann ich wunderschön drüber gehen. Das sind große, schöne Flächen. Hier schleife ich auch nichts kaputt. Diese Windsplits müssten das, glaube ich, sein. Die werden nicht beschädigt. Auch die Auslässe vom Turbo, glaube ich. Vorne geht die Luft, glaube ich, rein. Kühlt den Turbolader und geht hier oben wieder raus. Irgend so was weiß ich noch von früher irgendwie. Auch die werden nicht beschädigt. Und ich kann hier wunderschön schleifen und dann später lackieren. Die Turboschlitze, die für die Luft austritt, das ist auch schön. Da kann ich wieder reingehen mit meinem Glasfaserratierer und kann das vorbereiten. Nach dem Anrauen und dem Entfernen von irgendwelchen Spritzgussresten und so weiter, wenn das Teil eben fertig ist zum Grundieren, da geht man dann her mit dem Modellbau-Fettentferner. Der ist speziell für Kunststoffmodelle gemacht und vor allen Dingen nach 14 Tagen ist er biologisch abbaubar. Also ist abgebaut, auch schon für die Umwelt. Ein Baumwolltuch, was nicht fusselt, also das schon 635 Mal gewaschen wurde. Da nehme ich jetzt ein bisschen Fettentferner drauf. Sollte ich natürlich vorher Gummihandschuhe eventuell anziehen, damit ich keine Fetttapsel mehr drauf bringe. Ich nehme die Karosse nur von unten. Da bringe ich dann auch kein Fett drauf. Da wische ich dann mit dem Fettentferner einmal komplett über die Karosse drüber. Entferne ich somit den groben Staub und den groben Schmutz und das grobe Fett. Sollte ich solche Details haben, wie hier diese Lüftungsschlitze, wo noch Schmutz drin bleibt, dann nehme ich einfach so ein Real Porker Multitool. Nennt sich immer. Warum Multitool? Ja, weil man damit auch Kaffee umrühren kann. Da kommt ein bisschen Fettentferner drauf. Dann kann ich auch in die Details rein und kann hier das Fett entfernen, falls etwas drauf wäre. Das Ganze dann wieder abtrocknen oder ausblasen mit der Spitzpistole und mit Luft. Wenn das Ganze dann entfettet ist, dann kann ich hergehen und kann meine Grundierung aufbringen. Und dann geht es mit dem Lackieren los.